Wer täglich fünf Tassen Kaffee trinkt, kann sich später auch daran erinnern. Gegen Alzheimer. Espresso mit Zitrone ist das neue Aspirin. Was ist denn überhaupt nicht mit dem Ding, das ich bewegen kann? Jedenfalls geistig. Jedenfalls mirke. Scheiße. Du, das ist schon mein Kaffeebock. Machst du mir noch ein ganz normal. Machst du mir einen Cold-Ride-Track, bitte? Was macht ihr denn mit den Rösterungen? Was macht ihr mit den Melanoiden? Wo bleiben die denn jetzt? Oh, der ist fast ein bisschen zu heftig jetzt. Das muss knallen!